Lothar Matthäus, Lothar Matthäus, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier vor euch stehen, nur hier vorne, die Dunkelhaarchen mit der Brille, du bist genau mein Typ, bist genau der Typ von Lothar Matthäus, könntest du dir vorstellen, könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen zu kommen, denn der Lothar Matthäus ist schon wieder auf der Suche, ich bin schon wieder rattig, ich will schon wieder, ich gönne schon wieder, wie alt bist du, bist du 20, dann bist du von Lothar Matthäus schon zu alt, vergiss es, kommst du aus Osteuropa, wird deine Chancen noch wieder vergrößern, aber hey, Lothar Matthäus, Lothar Matthäus, Lothar, Lothar, fünfmal verheiratet, man nennt ihn schon den Herr der Ringe und Lothar hat sich scheiden lassen, habt ihr das mitbekommen, im Lockdown hat er sich scheiden lassen, aber man muss Verständnis haben, er musste ja auch mit seiner Ehefrau in diesem ersten, zweiten Lockdown Homeschooling machen und da gerätst du schon mal aneinander, aber Lothar Matthäus hat gesagt, ich suche eine neue Frau, ich suche eine neue Frau, hier, die zum Beispiel, die wäre was für mich, richtig, Lothar Matthäus, ich suche mit der 3G-Regel, mir sind wichtig, das Gewicht, das Gesicht und der Charakter, also Hintergrund Vielen Dank.